Sie sitzt noch alleine da, hallo? Da ist sie, sitzt auch noch. Das hat sie jetzt irgendwie für mich auch entdeckt. Ach, wer kommt da raus? Der schläft am längsten, da musst du jetzt hingehen, ne? Das ist aber auch ein niedliches Motiv, oder? Ach, Schari, der rät doch nicht weg. Der schläft am längsten. Der schläft am längsten. Der schläft am längsten.